Ja, ja, aber die Vereinnahmung von rechts ist ja das Interessante, das, ja, in Deutschland wird es ähnlich sein, in Österreich ist ja die FPÖ die einzige Partei, die sich noch fürs Grundgesetz interessiert. Ach, Unsinn. Das ist ja der Rass. Jetzt kommt Heft, also Unsinn. Es ist aber so. Es ist auch immer so, einfach so, einfach so, ein Applaus auf der falschen Seite.